Heute sind wir in Oberdiebach. Ich zeige Ihnen ein wunderschönes Haus mit wunderschönem Rheinblick am Hang gebaut. Kommen Sie mit und überzeugen Sie sich selbst. Das Haus wurde 1978 gebaut. Es handelt sich um ein Bienfertighaus. Die Lage ist wunderschön. Vorne mit Blick zum Rhein, hinten mit Blick in den Wald. Sie haben hier fünf Zimmer, zwei Bäder, eine recht offene Gestaltung und einen guten Einstiegspreis. Es ist das ideale Objekt, um etwas richtig Schönes draus zu machen, ob als Familienhaus, Wohnen und Arbeiten zu verbinden oder als Feriendomizil. Musik Hat Ihnen die Tour gefallen? Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie mich an. Mein Name ist Astrid Pelzer von den Immobilienlotsen Remax Bingen. Musik 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 Musik